So, ich versuch es nochmal mit dem Vieh. Ich will einfach nicht kapieren, ich weiß auch nicht warum. Ich werde das Zeug von dem ab, aber irgendwie... passiert nichts. Komm! Komm weg, du! Komm weg, du! Komm weg, du! Komm weg, du! Ich werde es einfach machen. Genau nicht. Komm weg! Komm weg! Komm weg! Komm weg! Komm weg! Komm weg! Wir haben jetzt noch eine Sache! Ja, ey. Nein. Oh, ey, Mann. Ja, schlack nochmal. Was geht da eigentlich drauf, Mann? Hey, hallo? Ja. Hey, komm. Ja. 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 Okay. Oh, endlich! Es ist kapiert. Oh, danke. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Oh, geht's auch, komm, weiter, gleich. No, und es gibt... Nee. Ja, wo warst du die Schnauze? Nee. Schnauze? Mach mal. Oh, nee, das war jetzt aber mal hier. Ich kann ja mal irgendwie mal was sagen hier. Wo war das jetzt, was ich hochgefahren habe? So. Einschieben. Oh. Aha, verstehe. Ja. Endlich habe ich das Dreck zu geschafft, ey. Ich freue mich ja drauf, wenn's nächste kommt. Oh. Was jetzt? Oh. Oh. Juhu. Mann. Spielverderber. Oh, ich bin so happy, dass ich es geschafft habe. Endlich ist es soweit. Mann. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter, frei zu leben und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt sei kein schlechter Arbeiter. Aber die Stufen sind stein, nimmt sie einen nach der anderen. Und tot. Der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter, ein zu leben und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt sei kein schlechter Arbeiter. Der Zahltag für schlechter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter, frei zu leben. Ich bin hier gar nicht richtig. Ich weiß nicht, welche Klappe, da kann man die Katze mal verstehen. Nee, hm. Schmeißen wieder, ok? Zehner. Irgendwo. Das ist der Sinter. Das ist mir die Hubschiefe. Nee. Was ist hier? Puh. Ey, aber wie soll ich denn da rüberschaffen? Ich hab mal ne Schnauze. Ich hab mal was abschieben. Ich versteh nicht so richtig her wie sonst hier gehen. Nein, nein. Oh. Das geht nicht. Das geht nicht. Nee, aber das musstest du mit dem Typen da oben auf sich haben. Okay. Okay. Warte, ich hab das noch nicht hin. Ah, okay. Versteh. Versteh, versteh. Aha. Ah. 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 Garek. Oha. Gott. Oha. Oha, nee... Im Zweiter gonna. Ein Augenkott. Wie zock mant'n'n Der Erucharist. ...wie zwei abwärts... Oh Gott. Au! Was? Gefehl drin! Gefehl drin. Verstehe. Geh mir. Geh mir. Geh mir. Geh mir. Geh mir. Hallo, ey, ich lasse, wir sind mal wieder so gut oder so? Hallo. Oh, okay. I probably do die. Okay. Wo war das hier oben? Wir hätten es noch was holen. Zumindest versuche ich es, wenn wir mal rüberkommen sollen. Ja! Wir essen und ölen und können nach Brighton, Alice. Aha. Oh! Oh, wie glaube ich so. Geht's hier rein? Komm ich jetzt da rüber. Hm, hm, hm. Die, die ich jetzt hab'... Come, wir sind bestimmt dahinten, wo du das da tun... Kommt da so kleine Zahlen und jetzt. Die höre ich jetzt nicht. Hey, da kommt nur noch die Zahlen nicht, jetzt haben die zwei Püe. Nee, nee. Führe ich nicht. Ich muss wieder... Da muss ich auch schießen. Muss man den Topf in die Augen schießen. Nee, du auch nicht. Oho, da unten geht keiner. Hey, haben wir da was? Aber diesen Hebel legen wir als nächster Folge um. Tschüssi!